ja servus leute herzlich willkommen zu einem neuen video ich bin der sascha und ich grüße wie immer euch da draußen alle elektro begeisterten heute geht es mal um unser auto das tesla model oder alle teslas da draußen natürlich die jetzt premium connectivity mit dazu abonniert haben das ganze kostet zehn euro im monat und hier ändert sich jetzt was ab dem ersten dezember alle die spotify hier im auto natürlich kostenlos nutzen können das ganze jetzt ab ersten dezember nicht mehr tesla streicht diese kostenlose nutzung jeder der ein privates abo bei spotify hat kann das natürlich übers auto weiter nutzen aber da müsst ihr natürlich bei spotify einen eigenen account haben müsst dort natürlich auch ein monatliches abo haben das natürlich zahlungspflichtig ist dann könnt ihr das weiterhin im auto nutzen ansonsten ist diese kostenlose nutzung die ja nur fürs auto hier beschränkt war ihr konnte das ganze nicht dann auf eurem handy anhören oder irgendwie was sondern dieser account war hier nur fürs auto und das ist ab ersten dezember nicht mehr möglich darüber wollte ich euch jetzt informieren na gut jetzt gibt es viele da draußen die sagen hey ich nutze dieses premium abo hauptsächlich dass ich spotify hier im auto hören kann für all diejenigen ist es natürlich jetzt wirklich bitter dass das hier wegfällt ich habe das ganze schon im vorfeld gelesen es war nur eine vermutung das war die letzten tage auch bei not a tesla app zu lesen dass das ganze jetzt wirklich sofort auf die schnelle hier eingeführt wird ab ersten dezember leute das war mir so nicht klar ist natürlich bitter wertet natürlich die premium connectivity ab man hat natürlich weitere vorteile mit der premium kommt connectivity wie netflix zum beispiel man kann natürlich jetzt mit amazon prime music wird zum beispiel einen account hat hier auch weiterhin musik hören und 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 natürlich die live navigation und so weiter natürlich der tesla browser wo man ständig regelmäßig aufs internet zugriff hat was ich auch sehr sehr gut finde also hier gibt es weitere vorteile immer noch aber wer natürlich sagt für mich war spotify das wichtigste um musik zu hören schreibt mir doch in die kommentare ob der ein oder andere da draußen ist und sagt für mich spielt jetzt die premium connectivity keine rolle mehr wenn ich spotify nicht mehr kostenlos im auto nutzen kann das würde mich interessieren also aufgepasst an alle tesla fahrer ab 1.12 ist das ganze nicht mehr kostenlos möglich ich danke euch leute wie immer fürs zuschauen schnelles update nur von mir bis zum nächsten video servus